Ich hoffe, es gefällt euch. Wir spielen gerade Duo. Bad Wars. Intensives Gameplay mit Norris zusammen. Ich hoffe, euch geht's gut. Enjoyt es. Junge, der lebt nochmal neu auf, ne? In vier Tagen habe ich die roten Cosmetics. Junge, wusstest du? 7.05.15 Uhr, ne? Oh mein Gott. Rote Rüstung. Als wenn mir jemand zuhört. BRC Gold. Ja, Mann. Leute. AKG-Zahlo. 15 Uhr. Ich werde den streamen. Also wir werden das Ganze als kleines Live-Event auch den Restreamen. Deswegen könnt ihr gerne am Freitag auch dabei sein. Mit dem Code BASSYGG könnt ihr dann auch 10% sparen. So. Ah, hab gezuckt. Wirklich. Da war gerade eine Mücke. Es war eine Mücke unter meiner Maus. Ich konnte nicht rechts wegdrücken, deswegen bin ich runtergefallen. Wuntergeflogen. Ey, da ist ja keiner. Wir haben gar keinen Gegner. Oh. Warum sind unsere Nachbarn immer weg? Die Deutschen sind halt immer da. Ah, never mind. Elias, der Pläger, chillig. Ja, das könnte auch ein Deutscher sein. Äh, das muss er nicht sein. Elias, du spielst normal, ne? Elias? Elias, hörst du uns? Ansonsten gibt es morgen einen Überraschungsdiktat in der Schule. Hast du hier eigentlich so einen Zylinder gebaut? Also so auf... Die erste Defense ist die Zylinder, die Hut-Defense. Strohhut. Echt nicht. Mann, Dicker, warum falle ich den jetzt tausendmal runter? Ich bin... Ich habe noch zu... Ja, ich glaube, das ist der Hauptstadtgott. Heute ist Hauptstadt Sambia Lusaka. Oh, was ging jetzt ab? Also schon so besessen von so einem Monster. Der Flangengott, er will mich bestrafen. Ah, wem wollen wir als erstes holen? Ah, okay. Auf Amazon gibt es eine Mückenfall ab drei Euro, ja. Ich habe eine ganz lange Zeit gedacht, also weil wir mal in Schweden waren und ich war da halt sehr jung. Meine Eltern haben, wollten Mückenspray kaufen und haben im Laden den Leuten halt gefragt. Wir haben gefragt, ob es irgendwas gibt. Sie wussten halt nicht auf Schwedisch und die konnten kein Englisch. Haben sie den Versuch zu erklären, ja, dass sie Mückenspray suchen. Dann haben sie halt mal Mück, Mück gesagt. Ich habe seitdem immer gedacht, dass Mücke auf Schwedisch Mücke, also Mück heißt. Aber das ist, glaube ich, nicht so. Aber ihr könnt mir gerne sagen, was Mücke auf Schwedisch heißt. Würde mich mal interessieren. Mück, Mück. Mück, Mück. Geht zu Rosa. Genauso, ich war auch mal, ich habe mit einem schwedischen Jungen mal Fußball gespielt und der konnte, also ich wollte irgendwann nicht mehr. Und ich wollte dem halt sagen, yo, es ist vorbei, also es ist aus. Und wollte halt sagen, ich habe halt so gefragt, ja, was muss ich denn sagen, dass der versteht, dass ich jetzt nicht mehr spielen möchte. Und dann meinten meine Eltern zu mir, Finish. Da habe ich die ganze Zeit gefragt, ey, wieso Finish? Ich denke, das ist ein Schwede. Aber ja, das war halt, also. Wir waren damals international. Ja. Mücker mit Y. Ich habe Dings, ähm, Rosa gekillt. Du bist der Beste. Ja, Mann. Direkt weiter? Ich sehe das schon die, äh, ich sehe schon die Pyramide bei, äh, bei Vice, wirklich der Endstone Pyramide. Wo willst du hin? Ja, jetzt einfach die, zum Dia spawnen und dann weiter. Abfahrt. Junge, die Nut Machine, ne? Wäre aber geil, wenn das so unsere Rivale werden würde. Ja, so jede Runde so, ne? Das ist so. Ach, ist auch noch der Ebenholzritter drin, aber der kann ja auch, ne, Deutsch. Nein, Ebenholz, Ebenholzritter. Ja, das ist, das ist Englisch, das heißt, glaube ich. Ey, da wurde's. Ja. Bünneth Gold könnt. Ja, ne, wir gehen direkt rein. Nehmt uns mit Ernst. Ich habe Gold, Spitzhacke. Ne, Dicker, das ist schon abgebaut. Das ist das Aqua gewesen. Weiß ist raus. Oh, Mann. Hä, wo ist der Verwässerungstyp? Ist das der hier? Ja. Oh, mein. Ihr seid, wer ist abgebaut? Von Elias. Elias, der Pepega. Komisch, dass... Diktat, ey, morgen Diktat denn? Ohne Mist, morgen Diktat. Junge, vom anderen Ende der Map natürlich Elias, der Pepega. Ist ja komisch, dass er in unserer Runde das jetzt abgebaut hat. Elias, wir haben die Nummer von Herrn Müller. Ja, Elias, der Lehrer wird angerufen, ne? Und alle Morgen. Morgen schönes Diktat und die ganze Klasse, Elias. Ja, die ganze Klasse wird es dann sehen, dass du der Verantwortliche bist. Der, nämlich, der Diktat-Test, der wird aus den letzten WhatsApp-Nachrichten mit deinem Crush nämlich bestehen. Oh, 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 oh. So übertrieben toxic vom Lehrer. So einfach so die Handys gehackt. Vor allem, wenn ich sehe, es kommt mir, es schreibt so, wir haben eh online-unterricht. Ich google, hi, hi, hi. Aqua, traust du dich? I don't know, Alter. Oh, pass auf! Oh, was? Er ist komplett woanders. Er ist, äh, dicker, er ist, er ist cracked. Äh, lass mal nochmal richtig safe spielen. Ab in die Mitte, oder? Dann lass mal zurück, lass die ja spawnen. Okay, nevermind. Also, dann in der Base erstmal wieder das Gold einsacken, Gap, sticky und so. Aber das sind welche, oder? Elias. Ja, Elias, Alter, so ein PP, gar. Mann. Warte, ich heiße Elias. Als ob, als einfach noch ein Elias gerade zuschaut. Hier die Hälfte, ich teile. Ja, ist es einfach. Oh, danke schön fürs Teilen. Gerne, gerne. Ich hab OP-Equip, also ich kann wirklich alles abbauen. Hast du noch einen Diamond? Ich hab noch einen, genau, ja. Oh mein Gott. Da rein, hier, rein, rein, rein. Mach einen Weg zur Mitte, Basti. Äh, ja. Aber schön aufpassen. Ja, wenn nicht, ist okay. Schön, Basti, schön hören. Ihr Mutige. Ja, lass mal jetzt mal hier ein bisschen die Emeralds. Auf jeden. Frisch weggeholt gerade. Hier war einer. Oh mein Gott. Es riecht nach PP. Ja, Elias. Ja, Elias, mal Initiative ergreifen. Bei den anderen Spielern machst du es nicht so. Ey, Elias, wieso baust du nur unser Bett ab, hm? Ja, Ebenholz Ritter hat, by the way, Chain-Rüstung. Oh mein Gott. Und Bogen. Der ist kein Streamer. Ja, wollen wir vielleicht auf Aqua gehen? Ja, lass auf Aqua. Wobei, der andere hat jetzt, uff, guck mal, der hat die ja schwert. Okay, wir müssen den Ultra-Typen da mal, boah, vielleicht haben uns doch die falschen Gegner ausgesucht. Ja, lass noch mal zurück. Ja, aber der hat einen Bogen, ne? Pass auf. Ich renne, ich renne. Dings kommt auch nochmal. Emeralds. Hopp. Ja, sehr gut. Und nochmal, Pam. Wie viel hast du, wenn du dir, ja? Das hat gerade bei mir so gekickt. Einer hat gefragt, wie No Skies, und der andere hat geantwortet, No Risk. Na ja, aber man ist nett, ne? Noch ein Emeralds, ich gehe zurück. Oh. Ey, was los? Ja, das ist gut, ich dachte, das wäre ein anderer Gegner. Ich habe zwei bei dir, ne? Ähm, kann ich den einen bitte haben? Hier, ich habe drei. Achso. Nimm alles. Dankeschön. Für mir die Rüstung, und dann zu Aguera. Ihr holt die Runde, wir müssen, Leute. Für dich selbst, Mann. Mann. Pro Bett, ein Prime Sub. Dann schnell zu Türkis. Wer ist Norris eigentlich? Na ja, Isk. Oh. No. Ich glaube, die haben keinen Bogen mehr. Der hat auch Angst vor mir. Ah, er hat noch den Bogen. Ja, klar hat er den Bogen noch, aber die sind auch so welche, die würden niemals aus der Base rausgehen gefühlt, ne? No Joke, Ender, Perle. Was kostet eine Perle? Vier. Ich habe zwei Emeralds noch. Emeralds, okay. Dann Perle und eine Rainder. Aber der eine hat die Rüstung, ne? Ne, die holen wir. Wir haben auch. Ne, du hast noch, okay. Ja, True, du hast Diamond, ne? Ja. Und Proz 2, also du tankst halt. Oh, guck mal, der Grün kommt. Aber das ist ein gutes Sandwich. Links, 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 grün. Third Party. Aber pass auf, wegen Cross-Teaming. Ja, ja. Oha, was er macht. TNT, 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 MNT. Ja, okay, dann lass wir, äh. Lass hoffen, dass er Dings schafft, das Span zu holen. Wir gehen zu grün. Let's go. Let's go. Ah, der ist tot, der hat es nicht geschafft. Wer, dann hätten wir holen sollen. Alright, dann lass weiter Emeralds bunkern und enderpernnen. Gerne, gerne, gerne. Come on, Alter. Weiter machen, ich habe vier. Zwei. Wie heißt Max eigentlich? Ich habe sechs. Oder vielleicht nochmal die Armor holen? Richtig auf Twitter. Nee, hol du, hol du. Ich bleib noch hier. Ja, Mann, aber du musst aufpassen. Versprechen. Ja, safe, safe, Basti. Pass auf. Im Notfall, ich log aus, damit der Klinik bekommt. Burnstuff. Auch Elias hat zufälligerweise das Zickzack-Cape, aber er kann ja trotzdem International Viewer sein. Nein, ich glaube, also ich würde es jetzt... Heian Witz. Das ist ein bisschen, also ich hasse Streamer, die halt immer, das natürlich, also das Streamer, immer denken, dass das alles Stream-Sniper sind, nur weil sie die Cosmetics haben. Elias, der PP hat gerade resubbt. Sechs Monate, danke dir. Das ist bestimmt aber kein Zuschauer. Ja, der ist echt, auch mit dem Namen. Ja, Elias, der PP hat zwei. Kann aber auch sein, dass sich jemand aus Gag jetzt einen Account gemacht hat, aber... Aber nicht resub, ne? Ja, I respect. Ja, safe, wahrscheinlich hast du für den Moment extra diesen Account so schon vorher. Oder hat er vielleicht sechs Monate im Voraus? Oh, von Grün, von Elias weg. Und wir holen uns jetzt Ding, Aqua. Ja, wir holen uns jetzt Grün. Noch eine Perle. Weil Elias freut sich ja auch. Elias, bist ja ein cooler, ne? Ja, ja. Nächstes Mal nicht um so ein Bett holen. Ja, Mann. Ich hab ne Perle. Direkt. Hast du OP-Tools? Willst du noch ein TNT haben? Ja, die ja, die ja. Nee, ich baue ab. Willst du Pop-Up-Power? Pass auf, pass auf, pass auf! Was? Warum denn? Beide on me. Äh, on dir, on dir. Hätte er... Perfekter Moment, lass rüber. Ja, geh du vor. Okay. Kriegst du ihn? Nein. Wie nein? Ich geb mein Bestes, aber... Basti, aber der Profi hat das Bett. Du bist so gut. Nee, die haben Obsidian. Ich baue aber ab. Basti, geh, geh. Hol sie, hol sie, hol sie. Ist das Bett weg? Ja, ist weg. Hol ihn dir. Ich mach eben Holz. I try my best. Ey, der Wood ist weg. Ich komm direkt zu dir. Digga, wie hab ich das gesaved? Komm, ich komm mit. Ich bin gleich da. Geh weg aus meinem Weg. Ich möchte Pepdose. Ich bin da, Basti, ja. Ob win oder nicht, GG ist Pflicht. Weißt du, wie ich es überlebt habe? Mit dem scheiß Pop-Up-Tower. Pop-Up-Tower for the win. Guck mal, was er schreibt. Win. Oh, sch. U. 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 Basti, ja, G1, Elias 0. Ja. Ja.